Hallo und herzlich willkommen zu TVEDU. Mein Name ist Jelis und wir behandeln alle Themen rund um das Studium. Heute haben wir folgende Beiträge für euch. Ein Erfahrungsbericht über den Studiengang Asian Business Studies an der Avance University of Applied Sciences und einen Infofilm über das Studium an der London School of Business and Finance. Los geht es mit unserem ersten Beitrag. Hast du Interesse an Wirtschaft und asiatischen Kulturen und würdest das Ganze gerne kombinieren? Tom studiert Asian Business Studies an der Avance und erzählt euch von seinen Erfahrungen. Ja, mein Name ist Tom Wilke, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Aachen und ich studiere International Business and Management Studies mit der Vertiefung Asian Business Studies. Zunächst einmal wollte ich international studieren und auch diesen Studiengang, den ich gewählt habe, den habe ich nirgends anders gefunden. Man lernt da Chinesisch und halt die asiatische Wirtschaft. Aus dem Grund habe ich mich für diesen Studiengang entschieden. Also es ist sehr breit gefächert. Vor allem, es wird eingeteilt, also ich würde es einteilen in numerische Fächer, zum Beispiel Statistik, Financial Accounting, Management Accounting, wo es dann wirklich wie Matzo um Zahlen geht. Dann hat man kreative Fächer wie Marketing, wo man sich auch ein bisschen kreativ entfalten kann und überlegt, wie kann man die Produkte an den Mann bringen. Dann kulturelle Fächer, Cross-Culture Management, wo man wirklich auf Kulturen eingeht, Organisational Behavior, wie verhalten sich Leute in Firmen und wie sind die motiviert und so weiter. Und dann speziell für Asian Business Studies haben wir auch etwas gelernt über die asiatische Kultur. Ja, sehr viele. Wir haben jedes Quartal, also jedes Quartal, haben wir ein Projekt, an dem wir arbeiten. Und das ist normalerweise so, dass Firmen zu unserer Uni kommen und dann schildern die ein Problem, das sie haben. Und wir müssen uns dann in Gruppenarbeit lösen. Auch zum Beispiel im zweiten Jahr haben wir ein Praktikum, das wir sechs Monate machen. Das ist natürlich dann auch sehr praxisbezogen. Als nächstes haben wir noch einen Infofilm über das Finanzstudium an der LSBF in London. Viel Spaß dabei! Wenn man über Banker zu sein, gibt es wahrscheinlich sehr wenige Plätze in der Welt, die sich mit den Staturen in London matchen können. You know, globally. You are obviously exposed to an enormous amount of intelligent people. You're never bored. You're always stimulated and challenged. It's obviously the place where you can make a lot of money. And that attracts talent. It is a melting pot of people from all over the world. I think primarily a coincidence of time zone, language, legal system, transparency. People tend to be in demand if they have built up their career in London. So it's much easier to move from London to Asia than from Asia back to London. A lot of it is to do with personal relationships and building networks and, you know, sort of a vast amount of people skills go in it. The opportunity is here and it's bucket loads of it. Anyone that's successful really needs to learn from the bottom up. No one can go in straight at the top and make a lot of money. You have to really learn your craft. I think general skills, things like communication skills, being able to write well, being able to construct sentences, speak well. And emotional intelligence for those who are able to network with other people, for those who know what it means to give and take at the right moment, they will be successful. If you can aspire to become a trusted advisor to your clients, that is the pinnacle. When people who you have the highest regard for phone you up and ask you for your advice, then I think you've arrived. And I think that's all about integrity. That is the most important thing in our industry. If people are able to express themselves, then the connections and the thoughts and the challenges that ought to come their way will come their way. You should believe a hundred percent in yourself. Find out what it is that makes you happy. What is it that you enjoy doing. Keep your options open and see where it takes you. We have a variety of different skills and talents that are required. But the most important ingredient you can have is enthusiasm and a desire to learn. So, that's it for us today. If you want more information to our students, you can subscribe to our YouTube channel and subscribe to our YouTube channel for more information on our YouTube channel. See you next time!